und damit alle hallo meine lieben herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge wir sind zurück auf dem kernland sitzen hier im ural uragan 43 20 und der plan für heute ist wir machen weiter mit den aufträgen und zwar weiter richtung der werkstatt der auf harvestskorb heute der auftrag bis zur letzten schraube wir haben nicht weit von hier ein paar zurückgelassene fahrzeuge entdeckt sie sind zwar nicht wirklich einsatzbereit doch wir können sie für unsere eigenen fahrzeuge ausschlachten beim abschleppen könnten wir deine hilfe gebrauchen wir sollen zur technischen station zwei fahrzeuge liefern einmal den umgestürzten karl 411 und den festgefahrenen 266 drüben auf das institut das machen wir das machen wir einfach wie fahren wir denn jetzt wieder im schlausten wir fahren einfach wieder querfelder ein und dann gucken wir mal nachdem wir mit dem teil fertig sind haben wir noch einen dritten auftrag fahrzeug reparatur oder fahrzeugersatzteile darüber zu liefern aber da gucken wir uns dann an wenn es so weit ist so wir fahren erstmal wieder ein bisschen querfelder ein okay wir gehen mal in den hochgang damit wir nicht so viel schaden fressen denn so viele reparaturteile haben wir gar nicht dabei was sollen das jetzt das ist jetzt frech ich habe mal vorsichtshalber also ich glaube zwar nicht dass wir den brauchen aber ich habe mal vorsichtshalber noch ein bisschen ersatzsprit mitgenommen neue mission entdeckt guck mal einer an der zweite kino witz was sollen wir denn machen gucken wir mal kurz rein vielleicht switchen wir ganz kurz wo ist er denn was steht er hier da liegt auch na gut dann machen wir erst die aufgabe würde ich sagen befolgen schaden reparieren sollen wir den wo sollten wir den hinbringen sagt er oben na gut wir ziehen ihn erstmal hier raus wir ziehen ihn erstmal hier raus in der anbringen vielleicht hätten wir ihn erstmal auf die seite stellen sollen mal gucken vielleicht gibt er ja und kipp etwa gerade der kammer aber ganz schön ganz schön schnell angeschossen da bin ich ehrlich nun mal nochmal kipp 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 jawoll jawoll ja gut dann müssen wir ja aber erstmal machen wir den punkte weg dann fahren wir nämlich hier hoch und hirinder Und da oben können wir dann ja sowieso also ich sag mal so, tanken zieht den Heuball mit. Tanken können wir ihn ja jetzt schon. Quelle, unsere Zisterne. Zack. Tanken können wir den ja schon mal. Da ich gar nicht, ich dachte, ich hatte irgendwie im Kopf, das wäre ein Auftrag, wo wir den rauskriegen. Aber es ist eine Aufgabe. Also von daher. Aber ich glaube, wir mussten vorher irgendeinen Auftrag gemacht haben, damit die Aufgabe überhaupt erst aufpoppt. Ich glaube, die war am Anfang noch nicht da. 500 Reparaturteile? Haben wir genug Reparaturteile? Moment mal kurz. 151. Wir machen das erst mal so. Wir machen das erst mal so. Und dann können wir uns oben am Anhänger-Shop ja kurz mal einen Reparaturanhänger organisieren. und den dann da reparieren. Nur die Teile im Motor, die ich jetzt da reingesteckt habe, sind vielleicht ganz gut, falls nur für den Fall der Fälle, ich glaube zwar nicht, dass wir es brauchen, aber für den Fall der Fälle, dass wir gleich durch Wasser noch ein bisschen mehr ein bisschen mehr Power brauchen. So. Ja, so schnell ändern sich die Pläne für die Folge. Kommt man an der Aufgabe vorbei? Haha. Achso, wir gucken mal nochmal kurz. Wir haben drei von vier Fahrzeugen gefunden. Ich will mal gucken, ob er dann gleich zählt. Denn der Step, äh, der Hecht hatte, was, die Schaltung? Interessant. Äh, hatte ja gezählt. Achso, das ist die Schaltung bei ihm hinten dran, ne? Das ist die Schaltung bei ihm hinten, die Schaden gekriegt hat, weil bei uns wurde ja nicht ein Schadenspunkt angezeigt bisher. Aber dann schauen wir doch mal, dann haben wir endlich noch einen zweiten Traktor. vielleicht auch den besten Traktor, wer weiß. Ah, ne, 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 ne. Komm, komm hoch, komm, put, put, put. So. Okay, jetzt fahren wir den erstmal da hoch. Dann werden wir den dann da halt nur noch kurz reparieren. Wie gesagt, das sollte eigentlich ja äh, relativ vernünftig gehen. Hoffe ich zumindest. gut ist. So. Jetzt haben wir ein gutes Stück erstmal hier rein. Stopp, bleib stehen, bleib stehen, stehen bleiben, du sollst. gut. So. Machen wir gute Fertchen mal noch fertig. Sprich, wir holen uns wie gesagt hier einen Reparaturanhänger oder einen Serviceanhänger oder sowas. Irgendwas mit ein paar Reparaturpunkten. so war zum Beispiel. So. Wir reparieren. Liefung zum Servicecenter. Ach, wir sollen den noch weiterliefern. Wann sollen wir den jetzt denn da runterfahren? Oh. Naja, gut, dann fahren wir ihn da runter. Ich dachte, ich dachte, wir sind fertig, aber nee. sind wir noch nicht. So, dann koppeln wir ein gutes Stück hier wieder an. Fahren hier einmal im Kreis. und schön mit Kirovetska. Aber wir hatten unsere Reparaturpunkte hier vor sich selber noch auffüllen können. eigentlich Moment, ich will noch mal kurz auf die Karte gucken. Können wir hier noch anders durch? Können wir von hier hinten auch daran? Können wir einfach so rumfahren, oder? Ja gut, erstmal müssen wir so oder so durch den Fluss. Erstmal müssen wir so oder so durch den Fluss. das heißt, wir schalten hier kurz wieder in den Lastengang hinein. Das ist das KW zu kurz. Ich habe da gerade nicht drangezogen. Du hattest gerade ein bisschen mehr Spielraum, mein Guder. mal kurz den Motor mit dazu. Jetzt wo er repariert ist, kann er da ruhig ein bisschen mithelfen. Motor mal wieder aus. Sprit sparen. So und dann würde ich jetzt hier einfach mal ein bisschen querfeldein fahren. Hochgang. Und schauen wir mal, ob das hier reicht. Dann gucken wir uns das Gutes Stück gleich mal kurz an. Bevor wir dann zumindest auf jeden Fall noch rüberfahren nach das Institut und dann schauen, wie wir da wie wir da die Fahrzeuge einsammeln können. Hm. da fahren wir mal so rum. Da ist das nicht so eng. Zack. Neuer Truck der Kirovitz K7M. Na, da bin ich aber beeindruckt. Das hast du allein geschafft. Wow. Einfach wow. Übrigens, die anderen Fahrer bekommen wohl von der Versicherung einen neuen Traktor. Also kannst du den hier für den Moment wohl behalten. Geil. So, erstmal gucken. Aha, er zählt nämlich doch. Er zählt nämlich doch. So. Wir sitzen mal kurz in die Werkstatt. und gucken mal, ob wir schon irgendetwas hier dran ändern können. Wie immerhin hat er schon mal einen zweiten Motor. Achso, das ist der Den-Motor, den wir gefunden hatten. Glaube ich. Den ich aus Versehen schon eingesammelt habe. 79 Zoll Reifen. Die zweiten davon liegen hier noch irgendwo rum. So, und beim Rahmenzusatz gibt es aktuell nur den Kofferaufbau. Wenn wir den Kofferaufbau dran haben, können wir die Anhänger Geschichten da trotzdem noch mitnehmen? Ja, oder? Ich glaube, der funktioniert trotzdem. Achso, äh, hier nochmal gucken, ob es hier irgendeinen coolen Paint-Shop gibt. Eis? Eis-blau? Oh, gelb, gelb. Oh, hier steht, äh, da steht noch der Goliath rum. Sieht doch hübsch aus. Das sieht doch hübsch aus. Kirovets K7 im End check. Ähm, wir machen uns erstmal zurück in die Neural. Und jetzt fahren wir eigentlich hier nur die Straße erstmal lang rüber nach das Institut. Ähm, muss aber wieder unseren Auftrag annehmen, ne? muss er denn bis zur letzten Schraube. Abwart. Ui, hier steht nur ein Arnigener. Hat der noch Reparaturteile dabei, zufälligerweise? Achso, der funktioniert nur, wenn wir angekoppelt hatten, ne? So. Anhänger lösen. Weiter geht's. Weiter geht's. Und dann fahren wir auf jeden Fall wie gesagt noch rüber nach das Institut. Da dauert er jetzt ein, zwei Minütchen. Gucken uns da immer um und fangen zumindest schon mal an mit dem Auftrag. Fertig werden wir den heute wahrscheinlich nicht kriegen, weil wir müssen ja nachdem wir die beiden Fahrzeuge da abgeliefert haben, müssen wir ja auch noch Fahrzeugersatzteile dahin liefern. Ich glaube, die haben wir nicht direkt auf das Institut mal gucken, wo die herkriegen haben. So, hier auf der Straße können wir ja ein bisschen Gas geben. Das sollte eigentlich nicht so viel an Schaden geben. Aber ich finde es jetzt schon mal toll. Wie gesagt, Kirovets haben wir jetzt alle, also alle drei neuen Fahrzeuge haben den Kirovets K700, den Kirovets K7M und den Step. Alle drei und sie gehören uns und wir können sie nutzen, wann immer wir wollen. Das heißt, bei der nächsten Ernte Rotisserie oder Maschinerie nutzen wir dann natürlich den zweiten Kirovets jetzt den K7M einfach um mal zu gucken und auch vielleicht zum leichten Vergleich zu haben schon mal. Ob er sich ein bisschen besser schlägt als sein Bruder. So, Sperre raus Hochgang schon mal wieder rein und dann fahren wir zum Übergang Da vorne waren die Betonplatten da bin ich wieder ein bisschen vorsichtig funktioniert Au Autschi So da haben wir unseren Übergang Auf nach das Institut Guck mal der hat sogar die gleiche Farbe hier Das Unterbewusst nach dem Foto hier ausgewählt Aber ich finde das Gelb das passt immer so gut zu den Sonnenblumen So zu einem Traktor passt das auch irgendwie Gelb oder Rot ist auch immer ganz cool Jetzt bin ich gerade am überlegen ob dieses Foto mich unterbewusst dazu gebracht hat den gelben Paintjob auszuwählen Gut da sind wir dann gucken wir jetzt mal nach unserem Auftrag Der Kahn ist da oben Dann würde ich sagen fahren wir auch erstmal da hoch Zack dass wir den vielleicht zumindest heute noch abliefern können das wäre zumindest schon mal ein Teil unseres Auftrages vielleicht auch nicht abliefern aber wir fahren auf jeden Fall erstmal dahin müssen hier ein bisschen zwischen den Bäumen durch einmal hier durch dann einmal hier rum und gleich wieder links weil hier kam so genau hier kam nämlich so ein Abhang wieder hier und wir sind wieder auf der Straße alles gut und Vorsicht nachdem wir hier durch den Fluss wieder durch sind noch ein Stück nach Norden ins Dark Territory so gehen wir kurz in die Innenansicht so das können wir schon mal wieder rausnehmen wir fahren erstmal wie gesagt Richtung Norden ich würde sagen wir fahren auf jeden Fall dahin koppeln die ganze Geschichte schon mal an und machen dann beim nächsten mal mit dem abschleppen weiter zumindest meine idee weil die strecke zum schleppen ist glaube ich ja noch ein bisschen gucken wir dann gleich noch mal kurz an gut ist in der ecke wollen natürlich auch noch nicht heißt wir kriegen jetzt hier wieder auch noch mal ein bisschen dicht auf die karte liegt unten moment jetzt raus ich glaube wir fahren mal auf die andere seite von dem baum dann ziehen wir ihn gleich einfach einmal brachial über den stein rüber soo 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 da haben wir das gute stück warum rolle ich bitte stehen bleiben soo hier sind wir hin zur technischen station ist ja noch mal ein stückchen so wo ist denn der zweite dann können wir schon mal gucken bis zur letzten schraube der tut es dann auf der haben wir nicht hier ne was war denn in dem instituts lagerhaus rauchgüter ja also dadurch dass wir sie eh nicht hier haben müssen wir beim nächsten mal eh nochmal fahren gut das heißt wir bleiben bei dem plan wir machen an der stelle schluss äh ich hoffe wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder wenn wir den auftrag dann hoffentlich auch zu Ende brühen in diesem Ende vielen Dank fürs einschalten habt noch einen schönen Tag hau da rein bis dann tschüss tschüss